Mein Name ist Judith Williams und ich und mein Team unterstützen die Beta Humanitarian Health Stiftung aus folgenden Gründen. Das ist ein Ärzteteam, die in alle Welt fliegen und vor allem in die entlegensten Orten, wo es keinerlei medizinische Versorgung gibt. Dort operieren sie manchmal sehr, sehr schwierige Tumore und vieles andere. Ihre Arbeit hat mich tief beeindruckt und vor allem hat mich beeindruckt, in welcher Art und Weise sie sofort zur Stelle sind und auch oft für uns die einfachsten OPs dort, die schwieriger sind, endlich möglich machen. Unterstützen Sie gemeinsam mit mir die Beta Humanitarian Health Stiftung, damit wir Menschen ihr Leben zurückgeben können.